...dem du da mit dem knackten Schild geredet hast, weil der Oma zum Wagen da drin steht. Drehst du dich um die drei, zumal drei von den Füßen dahinter, die die haben? Die soll ich mitnehmen? Ja, die kannst du mitnehmen und dann laufen wir zu dem richtigen. Okay, das hätte ich alles erledigt. Du hast ein Karakamehl? Ja. Karakamehl, das gefällt mir. Ja, so habe ich meines genannt. Was heisst du? Mein Karakamehl. Ich glaube, ich taufe meinen Hund um auf Brunt. Brunt! Siehst du aus wie ein Prinzesschen? Ja, ich wollte dich abbremsen, ging nicht. Warum reitest du jetzt auf den Kamel und die Kuh muss laufen? Keine Ahnung, ich habe mir das gefällt mir. Äh, okay. Ich hätte jetzt scheiße geschehen, wenn das gehen würde. Er steigt ab und läuft und du mit aufs Kamel. Ja, das wäre cool gewesen. Monkey Cloud. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man seine Tiere vermieten kann, ne? Aber... Möchtest du Karakamehl mieten, dass du das sagst? Aber pass auf, Karakamehl spielt eine Euter. Ach ja, das kostet extra. Solange er die ja meine Euter spielt, das ist alles gut. Dann fällst du denn doch? Das ist warm. Was haben wir jetzt noch? Hallo. Du stehst heute in diesem Zimmer, ich in dem anderen. Jetzt hätte ich gerade fast den Bildschirm gesprengt, aber doch fast. Klar, wenn die im Zimmer an einem PC steht, hast du echt win-win, ne? Nein, steht keiner. Scheiße, okay. Es tut mir so leid für dich. Ich habe da zwar einen Fernseher drin, aber da ist nicht meine Antenne. Oh, scheiße, ja. Oh, ich glaube, ich gehe drauf. Das ist das im heutigen Zimmer von meinem Sohn. Ach so. Das ist jetzt praktisch unser Essen-Zimmer-Chill-Bereich. Also ich habe auch nicht geschaut, ne? Ich renne dir einfach planlos hinterher. Ah doch, du, das ist richtig. Das ist richtig. Ich würde die zwar ein paar Zentimeter verwählen, aber das ist nicht so richtig. Sobald du den Spinner da irgendwo auch die Sache rein... Doch, das passt, glaube ich, so. Oh, da ist... Oh, muss ich die töten jetzt hier? Nein. Darf ich? Das macht er. Das würde ich nicht machen. Nicht. Das ist zu rot. Ach so. Dann wirst du böse. Ja. Ja. Die machen Aua. Was ist das? Musst du die denn killen? Das muss ich jetzt hier graben, oder was? Ja, genau. Bei ihm? Nein, nicht bei ihm. Der Mussel im Endeffekt... Er kommt jetzt sofort. Erscheinen reicht. Echt? Bist du sicher? Mhm. Gut. Wir haben gesagt, wir machen Modekin zusammen. Ja, das kann man vorbreiten. Ich lasse die Gehen, wenn man jetzt hier steht. Wo ist es denn? Es kommt jetzt. Es kommt. Es erscheint, Entschuldige. In der Nähe von Zumbadi muss ich geraden. Was hast du denn jetzt da gemacht? Wieso hast du jetzt wissen, dass ich... Irgendwas schreit hier. Alles klar. Soll ich einfach mal planlos graben da um den rum? Wieso hast du eine Augenklappe? Ihr braucht mindestens zwei freie... Mann ey, ich hasse das Inventar nicht... Wie viele Plätze hast du? 69 Was? Ich hab schon 67 Muss ich jetzt nochmal graben weil ich das jetzt nicht in die Tasche legen konnte? Ach man, ich muss da Platz machen... Ich verkauf sicher irgendwie was, was ich nicht verkaufen sollte... Was ist das? Das Gras... Umkraut... Kannst du natürlich auch rauchen... Ah, ich kann es weg pfassen... Dann wäre es auch weg... Kannst du nicht mal versuchen zu kochen? Jaja... Jaja... Wolltest du ja mal... Ja, hab ich ja gemacht... Jetzt kommt da nichts... Also doch, ich hab so einen Beutel mit schlammigem Wasser... Nein, das stimmt... Ja, bin ich jetzt von dahin. Wieder geht's... Witz fellow. Nein, jetzt hätte ich genug, aber es hat nichts gedroppt. Ein dritter Sack hat gedroppt. Soll ich da bei dir? Ja. Ich grabe ein Loch für dich. Oh, jetzt habe ich einen vierter Sack, sonst nichts. Mach mal kurz bitte deinen Lamp-Bildschirm an, damit ich genau sehen kann, wie der Kreis da. Ich glaube, so viele Schaufeln hast du nicht mehr mit, oder? Doch. Ja. Ja, mach mal Video an, dann kann man sehen, wo der Kreis ist. Ich kann nicht live gehen, ich weiß nicht wieso. Du bist live. Ah, bin ich live? Ja, ja. Okay. Es ist kaum immer, dass es nicht geht. Stell dich mal bitte genau auf den Krieg drauf, um den zu wahr liegen. Auf den Typen? Warte, warte, warte. Warte, warte. Wenn der da steht. Guck mal bitte zu mir. Hier müsste das sein. Bei dir? Ja. Genau hier. Ja. Ja. Die Mediah-Haupt-Quest hast du fertig, ne? Keine Ahnung. Ja, sicher hast du die fertig. Diese Kistelbüger drin hast du drei, ne? Ja, ja. Die Kattelmüllschweißen. Wala haben wir ja nicht. Ja. Die Kette sind in der Tonne. Ja. Diese Mütze, die Kiezen. Ach du kommst gerade auch mit drauf? Ja, ja. Ich dachte mir nicht schon mal. Ja, danke. Ja, danke. Die ganzen Nahrungssteine, die kannst du auch verkaufen. Also die für Anfänger. Ich glaub dich an. Scheiß Sock wieder. Ja, da muss aber hier sein. Ich buddel nochmal und mach mal bitte auf Wiederholen. Da muss eigentlich hier sein. Woanders kann die sein. In dieser Kiste. Caracal, guckst du doch auch mal drauf. Du hast die Kiste doch schon gebuddelt. Ja. Ja. Questziel reicht. Alles gut. Das ist gerade. Jetzt kannst du dich einmal bewegen und holen es weiter. Hedge ab Hedge. Valencia. Jetzt wieder zurück. Ja. Von Valencia ist noch Maffel. Ha? Von Laffel. Ach Mann. Ja, das ist... Wie wird das scheitender an Valencia haben? Ja. 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 Das kommt doch jetzt direkt danach, oder? Das muss ich gleich erstmal nach dem Gaspandigen. Wenn ich den reinkriege darf. Und dann kann ich den Gaspandigen. Zwei, äh, zwei, äh, zehn Gäber, muss ich gleich mitnehmen. Ja. 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 Aber wie habe ich den Gapandigen. Ja. 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 Ich kann mich mit dem Gaspandigen. Ja, ja. Ja, aber da hat man die Hauptkirche wenigstens einmacht fertig und das mit dem hauen Charakter nicht entdeckt. Ja. Ja. Ja, genau. Genau. Was siehst du denn da mit der komplette Umschrift? Der da am Markt steht? Der Typ da? Ja. Das ist ein Red Player, daran erkennt man sich. Und was bedeutet das? Dieser Typ hat keinen Charme. Das ist ein Logo. Warte, ich zeichne das mal. Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Du hast das viele Trier , Frau, aber ich glaube der Vögelstift ist ein Wind. Untertitelung des ZDF, 2020